DayZ, Teil 3 und schnell kann das gehen mit dem Sterben in diesem Spiel, das mussten wir eben rausfinden. Das ist ein neuer Charakter, wir sind irgendwo auf der Karte aufgewacht und es sieht aber so aus, als wären wir, wie es der Zufall will, in genau derselben Schreune, in der wir eben auch diese epische Schießerei uns geliefert haben. Ja, es scheint so, als wären wir genau da wieder reingesprungen. Das ist ein anderer Server, ein anderer Charakter, also wir, eigentlich alles neu, aber... Da ist ein Kalister. Wir haben keine Beine mehr. Warte mal, wir haben Winchester. Ach, ich weiß, was passiert ist. Man muss dazu folgendes sagen, wir hatten eben gerade auf einem anderen Server versucht, wieder zu starten. Ach klar, die Spielfiguren werden ja gespeichert. Wir sind in der Nähe von dem Ort wieder rausgekommen und sind dann zu dieser Scheune wieder hingerannt, weil wir unser Glück nochmal versuchen wollten, beziehungsweise aus Fehlern nicht lernen. Kann man nehmen, wie man will. Und dann haben wir aber die Serververbindung verloren, hing also eine Minute in der Luft und dachten uns dann, ja Gott, das ist ja langweilig, das ist ja total blöd, das können wir ja nicht zeigen. Und jetzt haben wir nicht mitgedacht, dass ja die Spielfigur gespeichert wird. Genau. Da schreibt einer GameTube. Da schreibt einmal GameTube. Was? Dann schreibt nicht verwandt. Da muss man über die globale Kombination. Ja. Was soll ich denn schreiben? Nicht verwandt? Egal. Wie? Kannst du irgendwas schreiben. Quatsch. Ich glaube, vielleicht möchte dieser Mensch uns live im Fernsehen umbringen. Sind dabei. Ja gut, aber er muss uns ja finden. Wir sind ja irgendwo auf der Karte. Dann muss uns ja... Dann trauen wir dem nicht. Nee, natürlich nicht. Wir trauen hier sowieso nicht. Dann haben wir keine Beine mehr. Nee, wir kriechen. Warum? Hier sind ja so viele Gegner. Ich dachte mir, wir versuchen es mal mit kriechen. Und, ähm, damit wir keine Geräusche machen und nicht so gut zu sehen sind. Ach so. Das Problem, auf dem Server, auf dem wir vorher waren, war übrigens auch, dass der wahnsinnig schlechte Frameraten hatte. Das kann, wenn jemand das Spiel neu beginnt und sich wundert, hö, warum läuft es so langsam. Siehst du was, was sie schreiben? Da war wohl ein Heckangriff oder so. Ah, okay. Das war nämlich in der Zwischenzeit auch. Also wir haben, nachdem wir erschossen worden sind, versucht eben einen neuen Server zu finden und das ist dann immer komischer geworden. Und auf einmal starben alle Spieler gleichzeitig und hier sind wir gestorben vorher, oder? Genau, da wurden wir hinterrücks erschossen. Da stehen überall Benzinkanister rum. Das Problem ist, wir haben ja nicht mal ein Fahrzeug. Warum sollen wir uns mit dem Benzinkanister abschleppen? Kann man doch rumzündeln. Seid ihr die von YouTube? Gibt's ja nicht. Wir sind die aus dem Bus. Kennt ihr doch. So. Ja. Ja. Grad auf. So. Mal sehen, wie lange. Damit hat Fritz übrigens ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Ja, aber wie gesagt, die wissen ja nicht, wo wir sind. Die können ja sagen, wir sind wohl total anders. Wir sind nicht in der Scheune, falls ihr das glaubt. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das war jetzt natürlich ein Fehler. Ich darf hier nicht so rumrennen. Okay, also hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir hier gespawnt sind. Außer ein kaputtes Auto. Dass er uns hier die Gegend mehr oder weniger leer geräumt hat. Aber hier ist nichts mehr außer Kanistern. Wir werden jetzt also versuchen abzuhauen. Aber wir haben in der vorherigen Folge, die wir eben jetzt nicht gezeigt haben, weil sie halt kaputt war einfach auch. Wir hatten da immer nur so 15 Frames oder so. Wir haben dann hier in dieser Halle eine Winchester gefunden, die wir jetzt auch gerade im Anschlag haben. Da ist einer. Wir legen uns mal lieber hin. Oh, schnell. Oh, das ist natürlich. Das ist Peter. Oh ja, das ist natürlich. Also das ist ja nicht das erste Mal. Also diese Mod hat ja ein bisschen Probleme mit Leuten, die da Schindluder mittreiben. Also da gab es ja auch irgendwie schon die Geschichten, dass da Leute, die die Server dieses Spiels für Botnetze verwendet haben. Oder Quatsch mitgemacht haben. Sollten die vielleicht etwas aufpassen. Und ich glaube auch, dass die Jungs oder der Junge, der das programmiert hat, ein bisschen nicht mit dem Erfolg gerechnet hat. Und der Aufmerksamkeit, die es war mit der Mod ist. Da bin ich mir ganz sicher. Wer rechnet denn auch damit? Wenn er eine Zombie-Mod für einen Shooter macht oder für ein Militär-Dings macht, das ist ja jetzt nun nicht das Außergewöhnlichste. So, wir sind hier mal raus aus dem ganzen Ding. Also da ist alles voll. Wie gesagt, wir haben eine schöne neue Waffe. Die soll auch wirklich sehr gut sein. Also mal sehen, wie wir sie das erste Mal einsetzen müssen. Das Problem ist natürlich, sobald die sich bewegen, ist das alles... Ja, er macht auch bald ein Let's Play davon. Sobald wir sie einsetzen, ist natürlich alles verloren. Kennst du die jetzt hier eigentlich immer noch aus? In der Ecke oder ist das... Ein bisschen. Das ist der nächste Bauernhof. Genau, da versuchen wir unser Glück nochmal. Also ich weiß, dass da hinter dem Wald, da hinten, müsste die nächste große Stadt liegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit es bis dahin ist. Wir hätten nicht antworten sollen. Jetzt geht es die ganze Zeit nur um irgendwelche Let's Play. Ich wollte es nicht sagen. Aber das ist mein dummer, ich bin im ersten Moment erstmal nett Reflex. Wegen nett sind wir ja vorhin auch schon erschossen worden. Ich fand das ganz schön gemein. Ich meine, die hätten ja sagen können, hier fliehen. Das war ein Missverständnis. Das war halt, die dachten, wir würden sie beklauen. Da können wir rein in das Haus. Da ist aber auch eine Menge los. Ja, da holen wir uns mal hin. Oh, scheiße. Okay, mal hier im Moment. Schaut mal in die Außenversorgung. Da müssen wir uns sehen. Können wir natürlich auch langsam hinzukriegen. Das Schöne bei AMA ist immer, die Einzelanimationen sehen eigentlich ganz cool aus, wenn man immer so guckt. Problematisch sind die Übergänge. Und was sie, glaube ich, im Nachfolger nicht mehr machen, sie werden, ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, sie werden den Kopf nicht mehr als einzelnes 3D-Objekt da ransetzen. Das sollte alles ein bisschen natürlicher aussehen. Ich bin sehr gespannt, wenn ich es dann mal sehe, also nochmal spielen kann. War es auch geil, wie das so wegklammt, als wären das so Pappkameraden hier. Oder es sind Zombie-Roll-Out. Es geht jetzt echt volle Kanne und nur noch um Let's Plays. Es regen sich übrigens auch ganz viele Leute auf darüber, dass Let's Plays zu dem Spiel gemacht werden. Denn angeblich würden die Let's Player, damit irgendwie ein bisschen was passiert, sehr so, ja, ich sag's mal extrem, auf Call of Duty-Verhalten an den Tag legen. So wie wir, dass wir den Scheuner einfach hier mitschießen. Ja, und nicht so diesen Überlebenskampf in den Fokus stellen, also das Rollenspielartige, sondern eher so dieses gegeneinander Fighten, damit was passiert und jetzt knallen wir mal dem ab, um zu zeigen, wie toll wir sind und so. Das rumliegende Shops dann checken die das nicht, dass du da bist. Das ist ja abgefahren. Ich weiß nicht, wie weit diese Funktion hält, also es kann natürlich sein, dass das schnell nachlässt. So, schauen wir mal. Das können wir hoch, oder? Ja, das können wir hoch. Liegt da in der Ecke noch was? Liegt da was? Nee, das sind bloß Grafikerpekte, die da reinplotten. Treppenabsätze oben wären natürlich gut zu verteidigen, ja. Da kann man nicht hoch, oder was? Doch. Eigentlich schon. Na, warte mal. Ja, mit der Animation für über was rübersteigen klappt es dann, aber hier ist nichts drin. Vielleicht ist hinten im Lagerraum noch was drin. Das ist übrigens, das macht kein Geräusch für die Zombies. Wir sehen es rechts. Für uns ist das laut hörbar, dieser Metallunterboden. Für die Zombies nicht, also für die gilt irgendwie ein bisschen ein anderes System. Ja, das wäre schon geil, wenn das in Arma 3 funktionieren würde, wo du in alle Gebäude, oder fast alle Gebäude rein kannst. Hier ist leider nichts. Ich weiß auch nicht, ich werde ja die Entwickler demnächst mal besuchen und sicherlich auch darüber ein bisschen sprechen, wie denn so der Support für die ganze Geschichte läuft. Und ob sie es vielleicht standardmäßig einbauen, das wäre natürlich ein super Verkaufsargument, wenn sie das zu einem richtig, ja, Spiel mit ein bisschen Fleisch ausbauen. Ja, der war ja scheinbar schon auf der E3 und hat da am Bohemian Stand. Genau, er war schon da und hat drüber gesprochen. Da hat er ja auch seine Pläne ein bisschen verraten. Okay, also hier war leider gar nichts. Das ist, äh, ja, und wir legen uns hier mal. Das ist, no news is good news. Also wir sind nicht erschossen worden. Ja. Warum ist die Musik auf einmal so laut? War das ein Fehler, dass wir hier eben ganz kurz aufgestanden sind, wurden wir gesehen. Nein, 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 nein. Das ist mit dem Fahrzeug da, das ist auch nur Attrappe, oder? Das ist nur Attrappe. Ja, wir haben, glaube ich, noch kein Fahrzeug, oder hinten hüpft einer, wir haben noch kein Fahrzeug gesehen, was man, glaube ich, wieder reparieren könnte. Die sind dann wirklich extra gekennzeichnet, also dieses total aufgebrannte Dinger kann man eh nicht mehr reparieren. Ich glaube schon, also, nee, da gibt es dann, glaube ich, ein Interface für, obwohl ich nicht ganz sicher bin. Irgendwie geht es dann, dass man G drückt, also das Inventar aufmacht. Oh, dann zwei. Rechts. Da, zwischen den Bäumen. Links, da, zwischen den Bäumen, wenn du geradeaus durchguckst. Ach, da hinten. Ja. Das sollten wir schaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob, oh, da hinten sind noch welche, ob man diese Fahrzeuge wieder hinkriegen würde, aber ich glaube nicht, dass das die Art von Fahrzeug ist, die man verlieren kann. Man könnte fast sagen, ein wirtschaftlicher Totalschaden, aber ich bin auch kein Sachgutachter. Ich habe letztens mal einen Bericht gelesen von jemandem, der mal dabei war, wo ein Hubschrauber tatsächlich repariert wurde und quasi mit dem Hubschrauber unterwegs war. Ich meine, das muss man sich mal in dieser Welt vorstellen, was das für eine Leistung ist, die Teile für einen Hubschrauber zusammenzusuchen. Um die Gruppe so zusammenzuhalten, dass die sagen, okay, wir wollen irgendwie Hubschrauber... Oh, oh, scheiße. Hubschrauberbein. Die müssen hier ganz flott weg. Aber das finde ich ja schon cool, dass man sich da wirklich so nah dran vorbeischleichen kann, dass der Spannung hoch 10. Ja, wir scheinen wirklich unsichtbar zu sein. Prochauen wir mal, dass er nicht plötzlich einen Flash bekommt und losrennt. Das ist ja auch von Zombie-Universum zu Zombie-Universum verschieden. Wie die Zombies so reagieren. Ja, in manchen haben die dann eben übertrieben gute Geruchs- und Gehörsinne, also was sehr Tierartiges. Man könnte eben wirklich wie Tiere auch den Geruch oder das Blut wittern. Dann gibt es wieder Zombie-Universum, in denen sie natürlich nur mit den normalen menschlichen Sinnen oder sogar schlechteren als menschlichen Sinnen, weil sie eben schon am Farotten sind, orientieren können. Dann gibt es wieder Zombie-Universum, in denen man den Zombies vorgaukeln kann. Man sei selbst ein Zombie, in dem man sich halt irgendwie mit Gedärmen einschmiert oder halt irgendwie vom Geruch her ihnen annähert. Oder auch nur so tut, wie Bill Murray in Zombieland. Genau. Hat ihm auch nicht geholfen. Nee. Aber was für eine schweinewitzige Seele. Ging nach hinten los. Und vor allen Dingen aus 5 Kilometer Entfernung zu sehen, wie das laufen würde. Was auch sehr schön zu sehen ist bei dieser ganzen Geschichte ist, wie multilingual das ganze Spiel ist. Ja, und dass das aber auch natürlich eine Herausforderung ist. Ich meine, klar, man könnte ja jetzt auch sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie so ein Gebiet und gibt halt ein paar, keine Ahnung, er war vielleicht jetzt hier Tourist, der in der Gegend war und überlebt hat. Es gibt ja auch keine Hintergrundgeschichte, was da passiert ist. Das finde ich ja beim Zombie-Film oder Zombie-Universum auch immer blöd, wenn das verraten wird. Deswegen mag ich ja das Walking Dead so sehr, zumindest die Comics, weil da nicht klar ist, warum das alles so ist. Und man sich das eben selbst überlegen kann. Ich weiß nicht, irgendwann kriege ich schon immer gern noch eine Erklärung. So, jetzt haben wir hier mal die Siedlung hinter uns gelassen, sind ein bisschen auf offenem Gelände, können jetzt auch mal ein bisschen rennen. Und wir haben schon wieder wahnsinniges Fieber. Deshalb sollten wir unsere Figur mal kurz ausruhen lassen und eine kurze Pause machen, oder? Würde ich auch sagen. Machen wir einfach im nächsten Teil weiter. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.